recht herzlich willkommen zur 69 folge von grand age medieval ja wir sind hier angekommen mit unserem händler und haben so ein bisschen was auf dem wagen hier werden wir nicht großen verdienst haben das lohnt auch gar nicht weil die eigentlich genug haben oder hier hinten wird erst teuer also können wir gleich so lassen wir können zwar was verdienen aber wird sich nicht lohnen da auch nicht hier geht minimal wie weit wird es gehen 16 kommen dass die 10 hier wenn es ein bisschen geld gemacht haben und ja das war es dann wieder und wir sind ja jetzt doch wir haben gerade sogar ein bisschen plus es war aber schon wieder so als ob nichts mehr zu holen ist da ist glaube sogar noch was geklaut worden vielleicht jetzt gerade vom wagen kann da sein und den tieren und wir haben wir nix na ja das ist schon wieder der untere preis brauchen wir nicht machen hier ist minimal ja komm 48 machen wir noch ein stück und hier ist auch noch mal ja komm da geht es mindestens 22 24 stück kann was kaufen der fisch wäre günstig das geht sofort hoch ist klar der fisch für 60 können wir mitnehmen feld weiß ich jetzt gar nicht ja doch das mit 120 wo günstig gehen auch 20 um wagen für 180 ist glaube auch billig in sechse das ist schon da ändert sich der preis sofort das brauchen die machen der bein geht auch gleich hoch also auch nicht interessant für uns so auf nach so firma ja das ist hier ja wo kai aber da haben wir das geld verloren wir müssen gucken dass was geld irgendwo plus halten gerade ja das lohnt nicht das ist eigentlich auch nicht machen wir aber gerade was 2 gehen hier geht ein bisschen 48 18 hier geht auch ganz minimal nur und man die nehmen uns alles ab für 40 kommen machen wir auch damit zweck ist gut für 70 ja das war es hier was kann man zu kaufen und die frage früchte aber kein geld auch schön dann würde das bedeuten wir müssen zwar laufen lassen und drucken ob die anderen hinter uns irgendwas mal einspielen aber das sieht gar nicht so aus wenn wir nichts machen und geht es noch mieser ja irgendwie ist falsch da geht gar nichts wo man das werden immer mehr das ist schlecht ganz schlecht ist das immer mal nach aller gehen wir mal nach aller gucken was da geht ja hier ist ein bisschen geld drin fünf fälle machen wir hier ist auch ein bisschen alle acht weg hier geht das das geht hier auch können wir auch so verkaufen das identisch 140 ist abnehmbar 30 mal bier und der honig geht auch ein bisschen und da war schon kein geld mehr zum kaufen lassen wir es so gut da unten haben wir noch eine stadt schon und dann ist trotz bemüßt was ja wir können aber auch erst in athen reingucken schauen ob wir da irgendwas verkaufen können das geht nicht das auch nicht der honig geht komplett und die kohle handelt sich auch wieder länger aber weg damit so ein bisschen geld wenigstens haben was so was können wir kaufen fleisch ist ich weiß nicht ob der preis hoch ist oder nicht erinnert sich nämlich nicht ich glaube das ist hoch weil da fehlt es ja auch hier können wir noch zukaufen aber machen wir nicht ist nicht interessant salz 144 das steigt aber sofort 171 bringt es mir auch nicht rolle 60 da geht was ne aber auch nicht das muss auch schon mal preis sein oder wird gut athen abgehakt müssen wir noch müßtras gucken was da geht ob olymp oder oder 167 und verkaufste 12 kommen die zwei verkaufen war das ist identisch da geht was fünf stück das 180 oder 180 geht sogar sieben kaufen der honig ok 5 6 9 5 kaufen salz 120 5 4 der fisch das können wir noch kaufen geht das 4 dazu die fälle für 140 nein haben wir schon ja da haben sie nichts und das wird dann sofort schon falsch sein gut gehen wir wieder zurück oder war doch nicht viel machbar oder nein das geht hier noch billiger sogar das lohnt nicht der honig der geht hier fünf mal honig fisch wollen wir nicht darüber reden getreide überhangen haben die hier nein das ist auch teuer wohl 172 günstige wie wir es haben war es hier ab nach ada und irgendwann müssen das geld bloß kriegen sie eher mau aus so 140 136 da würde rein theoretisch was gehen das ist alle nix wir gehen aber gar nicht darüber reden hier geht gar nix einmal darüber mit denen haben wir doch kein handelsabkommen nur frieden oder diese neutral zu uns alles werte wo ich sagen würde brauchen wir gar nicht machen das lohnt nicht doch hier lohnt ja machen wir komplett weg so fisch 60 immer auch schon mal gekauft geht hier auch aber ganzen bagen voll wieder nicht so geht ok dann reisen wir weiter hier ins innenland da kann man vielleicht den fisch verkaufen ja wo wieder überfallen wollen gucken wir rein fisch ist hier aber hier schon im überfluss wohl hier geht was das lohnt nicht hier lohnt auch nicht das war es dann hier schon wieder nehmen wir die neue stadt zum die dafür probleme rohstoffe fehlen so hier geht was falsche tasten dann geht da noch nix achte das wollen sie auch nicht gerade unbedingt einer fisch geht aber auch nur sechser die klack stadt ist klein deswegen das ist noch gut ja und alles andere schon angeliefert oder wie ist das weiter hoch ja gut hier geht was komplett runter das lohnt nicht hier geht aber der fisch 50 fische weg das tuch geht auch hier den rest haben wir nicht was können wir kaufen hier würde gehen aber geht dann hoch die fünf nehmen wir mit 48 kohle schon etwas teurer 39 37 holz wäre jetzt das günstigste da kommen wir mal hier wohl fehlten baustoffe vielleicht fehlt da ja das holz müssen wir mal gucken oder rohstoffe fählen das haben wir hier wahrscheinlich wieder ware verloren ich glaube wir müssten da mal hin aufräumen ja da kann man vier verkaufen für einen guten preis super oder hat sich also nicht gelohnt alles blödsinn gut gehen wir mal ganz nach oben nach Czernowitz und schauen wir da weiter wie es da geht wo ist er da kommt da und wir sollen immer noch da unten die dingens einnehmen läuft aber gerade schlecht läuft gerade gut 5000 plus da oben so erstmal gucken was wir loswerden können die fälle das geht der fisch geht auch 92 sogar das ist richtig gut gewesen hier geht auch was alle weg und selbst das holz wäre immer hier los alles jetzt haben wir mal 25.000 250 geht schon hoch rot 180 ist auch nicht interessant und der Rest ist schon ein schlechter Preis gut Krakau das Geld ist gleich wieder weg eigentlich müssen wir jetzt viel Ware kaufen mit dem Geld aber wir waren gerade da wo man keine Ware kaufen kann das ist das ärgerliche hier geht was aber nein machen wir hier gehen wieder die Fischer 10er der Rest geht nicht so 250 aber geht sofort hoch geht auch sofort hoch der Rest geht gar nicht jetzt machen wir gerade nichts mit dem Geld das ist das ärgerliche ganz ärgerlich die nehmen wir uns ein paar ab und zwar drei Fischer 10er hier ist auch nichts los Wagen ist jetzt gleich leer ne runter und das gilt ist dann auch weg 12 geht 15 10 8 geht auch höher da ist wieder alle ich hätte gerne ein paar tausend mehr damit ich mir was kaufen kann jetzt sind sie voll in den Wiesen gegangen ja das war dann nichts ne ja kannst du vergessen ich kriege noch nicht mal die 0 jetzt hin super gelaufen ja das war es dann wohl mit dem Geld jetzt kann ich nichts mehr handeln ich habe 25.000 plus gehabt und dann haben wir das alles verballert die anderen Händler oder die Truppen das ist super schade sowas ne da kann ich alles verkaufen bringt mir aber nichts mehr ich kriege es nicht ins Plus jetzt mehr alle waren weg und wir haben einen großen Batzen Minus ja super was machen wir jetzt können wir nichts mehr machen oh jetzt geht es mal ins Plus also in Richtung positiv wir waren wieder vierstellig da gibt es aber noch irgendwo einen freien Händler der macht nichts oder was wir haben auch Minus was will er da machen war das jetzt der Händler der uns die Massengeschäfte macht freier Händler die bleiben jetzt gerade wahrscheinlich alle stehen weil sie kein Geld haben da sind wir jetzt machen sie richtig miese das sind ja top Geschäfte die hier gerade machen oder wie sehe ich das Truppen in der Stadt aber die sind demoralisiert aber ähnlich was sind hier denn Arbeiter fehlen wo sind denn hier die Bautrupps und Siedler wo sollen denn hier Siedler sein oder ein Bautrupp ich sehe kein Bautrupp irgendwas ist fehl am Laufen hier sind die acht Einheiten oh jetzt ist sogar mal Plus wieder das ist ja kaum zu glauben lass uns schnell den Händler aufsuchen aber jetzt gerade 30.000 miese ja das wird dann wieder nichts mehr jetzt 18.000 plus das müssen wir jetzt nutzen den Honig kaufen 70 die Fälle und da ist schon aber schon überlegen welche wertvolleren Sachen gibt es Honig war schon wertvoll Fälle sind eigentlich auch wertvoll ja nehmen wir das erst 724 hier gut jetzt läuft aber schnell war der schon immer so schnell ja da kommen die achte weg ne Honig ist genauso teuer 12 dazu wunderbar lassen wir laufen hier hin waren das jetzt die zwei Händler die hier oder ja ein Händler war es im Endeffekt oder waren es zwei die da waren das wäre der Hammer gewesen weil die ausgesetzt haben Honig geht Machen wir so achso hier können wir vielleicht was kaufen scheint aber teuer ja ne wohnt nicht gehen wir hier hin da ist ein Händler einer Stadt steht da ne warte wir müssen gerade warten bis da oben wenigstens weiße Zahlen erscheinen so das B geht da geht nix da geht aber was Honig weg hier können wir jetzt kaufen fast ja das geht geht da nochmal ein Plus in größerer Form wenn wir hier warten ja weil da würde ich doch noch mehr mitnehmen wollen so Kohle ist nicht unbedingt günstig passt dann da hin so diesmal sind wir da nicht überfallen wollen so das lohnt nicht das geht alles weg der Fisch ist hier günstig hier können wir was verkaufen Nummer 4 und hier können wir auch ein bisschen verkaufen Nummer 2 gut so viel ansteuern ja gut aber ich würde sagen für die Folge soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss